Streitkräfte und Polizeibehörden nahezu aller freiheitlichen Demokratien vertrauen auf Produkte von Heckler & Koch. Wir sind uns bewusst, dass uns damit diese Soldaten und Polizisten ihr Leben und ihre körperliche Unversehrtheit anvertrauen. Für diese bauen wir die besten Waffen der Welt. Sicherheit von Heckler & Koch Es ist ein großer Moment für jeden Waffenbesitzer, wenn er sich die neue Pistole oder das neue Gewehr kauft. Schließlich soll die Waffe ein treuer Begleiter sein. Warum also nicht gleich das Beste vom Besten nehmen? Eine Waffe von Heckler & Koch. Begleiten Sie uns auf eine kleine Reise. Wir führen Sie tief in die DNA unserer Waffen. Im Schwarzwaldstädtchen Oberndorf am Neckar steht unser modernes Unternehmen mit seiner langen Tradition. Hier entstanden legendäre Waffen. Das G36, das HK416, das G3 und die MP5. Waffen, die bei spektakulären Befreiungsaktionen eingesetzt wurden. Diese Tradition lebt in all unseren Waffen. Auch in ihrer. Doch wir gestalten auch die Zukunft. Unsere Entwicklungsabteilung ist das Gehirn von Heckler & Koch. Unsere besten Ingenieure konstruieren und optimieren jede Waffe mit Hightech. Und damit unsere Ideen auch Realität werden, haben wir die modernste Waffenfertigung der Welt. Computergesteuerte Bearbeitungszentren und Sondermaschinen mit Genauigkeit im Mikrometerbereich. Unsere Mitarbeiter und unsere Maschinen setzen einen weltweit unerreichten Standard. Insbesondere die perfekt aufeinander abgestimmten, verketteten Prozesse sorgen für konstant hohe Qualität. Unsere Waffenrohre werden in einem eigens entwickelten Kaltschmiedeverfahren hergestellt. Hierdurch erhalten Sie Ihre einzigartige Qualität und unerreichte Lebensdauer. Hightech Made in Germany arbeitet für Sie Hand in Hand mit der Erfahrung unserer Mitarbeiter. Unser Motto heißt No Compromise. Deshalb wird jedes Werkstück aufs genaueste vermessen, bevor es in Ihre Waffe kommt. Und trotz dieser Hightech-Produktion wird jede einzelne Waffe von unseren Mitarbeitern händisch montiert und überprüft. Denn in unseren Waffen steckt nicht nur eine topmoderne Fertigung, sondern auch ein hochqualifiziertes Team und die Erfahrung von mehr als sechs Jahrzehnten. Wir testen alle Waffen unter Extrembedingungen nach Erprobungsstandards der NATO. Mit Highspeed-Kameras erfassen wir jeden Schuss, jede Bewegung der Waffe. Wo auch immer Sie schießen, sei es im Schlamm, in Nässe oder eisiger Kette. Eine Waffe von Heckler und Koch lässt Sie niemals im Stich. Und vielleicht ist gerade jetzt irgendwo auf dieser Welt eine Spezialeinheit auf einer Mission. Und die Soldaten vertrauen auf unsere Waffen. In Sachen Präzision, Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit macht uns niemand etwas vor. Auf unserem hauseigenen Schießstand testen wir die Waffen auf Dauerbelastungen. Robustheit, Verlässlichkeit, Haltbarkeit. Wir sind Perfektionisten und das sind wir für Sie. Perfekt ist auch unser Versand mit einem intelligenten, computergesteuerten Hochregallager. Ihre Waffe wird verpackt und auf die Reise zu Ihnen geschickt. Ganz egal welchem Sport, welche Berufung und Verpflichtung Sie mit Ihrer Waffe nachgehen. Eine Waffe von Heckler und Koch ist Ihr perfekter Partner. Erleben Sie die besten Waffen der Welt. Und werden Sie einer von uns. Heckler und Koch. No Compromise. Streitkräfte und Polizeibehörden nahezu aller freiheitlichen Demokratien vertrauen auf Produkte von Heckler und Koch. Wir sind uns bewusst, dass uns damit diese Soldaten und Polizisten ihr Leben und ihre körperliche Unversehrtheit anvertrauen. Für diese bauen wir die besten Waffen der Welt. Sicherheit von Heckler und Koch. Ein одно, unterπα acepter Mensch,izer Umfeld, die Skype mitismo und Sonnenkelle in NEW, ͜ fungusverpflichtung 순 Dee unrePaげ. Und das ist nun derоП Hoof DANIEL. Spreeline. Vielen Dank.